Ich meine, ich möchte auch ein bisschen ein allgemeines Thema einbringen. Es gibt immer wieder die Diskussion, soll man Bücher zu Ende lesen oder nicht? Also hat man sozusagen eine geradezu moralische Verpflichtung, ein Buch zu Ende zu lesen? Und da gibt es sehr viele, und ich bin eigentlich auch mittlerweile dieser Meinung, die sagen, nein, überhaupt nicht. Also wenn du der Meinung bist, das zahlt sich nicht aus oder da sind Gedanken drinnen, die dich total triggern. Und ich meine, auch dann natürlich sollte man darüber nachdenken, warum triggert einem das und so, das sehe ich alles ein. Aber da geht es wirklich derb moralisch gegen so viele Ideen, die ich vertrete, dass ich einfach dann irgendwann zur Frage komme, möchte ich mir das eigentlich antun oder warum sollte ich mir das antun?